Zellkörperlektion Schlau nennen es Perikarion Dazu das Axon Übertragende Information Mehrere Formen Zäule unipolare Zellen Dann gibt's die unipolaren Plus biomultipolaren Zellkörperaufbau Die drei normale Zellen Den Richten heißen die Zellkörper vorabsetzen Austauschte Infos zwischen Neuronen Über deine ersten Nerfzellen Zum Isolieren die Immunischeide Unterworte durch an die schüttlichen Ränge Austauschte Infos zwischen Neuronen Über deine ersten Nerfzellen Neuronen lernen die Nervenzellen Die Nervenzellen lernen Die Nervenzellen Neuronen lernen Die Nervenzellen Die Nervenzellen lernen Die Nervenzellen Neuronen Zellkörperlektion, schlau nennt's Perikarion, dazu das Axon, Übertragen der Information, mehrere Formen, Pseudo-unipolare Zellen, dann gibt's hier Unipolaren, plus Biomultipolaren. Zellkörperaufbau, wie bei normaler Zelle, denn Ritern heißen die Zellkörperfortsätze, Austausch der Infoswürchen bei Hohen und Übel, deine Hälfte Lapsen. Zum Isolieren die Hälfte, unterbrochen Blut, ein Hirschwürchen-Borin, Austausch der Infoswürchen bei Hohen und Übel, deine Hälfte Lapsen. Neuronen lernen die Nervenzellen, die Nervenzellen lernen, die Nervenzellen. Neuronen lernen die Nervenzellen, die Nervenzellen lernen, die Nervenzellen.